Mmmmm, Madl, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, also, was kann ich euch erzählen? Naja, ich hab's leider gestern nicht mehr geschafft, weil mein Arbeitspulli wieder viel zu eng war. Ihr wisst ja, äh, schneiden und rendern ist auch, es hat klar, sehr viel Arbeiten, ihr unterschätzt das immer. Äh, nein, macht Spaß beiseite, also ich war leider gestern ein bisschen kurz angebunden. Äh, deswegen kam da nur das 2000-Abonnenten-Special. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an alle Leute, die mich supporten. Auch der Arnie hat nochmal drunter kommentiert, fand ich sehr, sehr cool. Vielen Dank für den ganzen Support. So, jetzt reicht's aber auch wieder, wir gehen mal zum Hauptthema des Videos. Und zwar habe ich meinen Augen nicht getraut, was da gestern passiert ist. Nämlich gestern im Frühstücksfernsehen auf Sat.1 ist das, glaube ich, äh, gab es tatsächlich einen Beitrag zu Rainer. Ähm, und ich will jetzt nicht den ganzen Beitrag reacten oder, äh, euch sagen, ja, ich fand das und das doof. Ich möchte nur eine Sache ansprechen, eine bestimmte Sache und, ähm, ja, den Rest, wie gesagt, lassen wir erstmal so außen vor. Und zwar geht es, äh, darum, in dem Bericht war halt dieser, naja, dieser Typ, der diesen Podcast macht, ne, wer hat Angst vor dem Drachenlord. Äh, übrigens die Fragen, ob ich darauf reagiere, das werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich finde den wirklich sehr uninteressant. Ich finde den auch teilweise auch einfach nicht so gut, äh, und da ziehe ich lieber das, äh, die Geschichte vom Drachenlord vom Einzigen vor. Also, da werden wir nicht darauf reagieren, nur dass ihr das schon mal, äh, von mir gehört habt. Auf jeden Fall geht es darum, dass dieser Typ, ähm, ja, seinen Podcast vorstellt, wer hat Angst vor dem Drachenlord und da ein bisschen was zu sagt. Und wie gesagt, das lasse ich jetzt mal weitestgehend umkommentiert. Mir geht es darum, dass, äh, Sat.1, äh, beziehungsweise das Frühstücksfernsehen sich tatsächlich eine Aussage ausgedacht hat. Also, die haben gedacht so, ja, naja, gut, wir könnten jetzt auch richtig recherchieren und, 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 und Fakten bringen und, ähm, ja, die Leute auch wirklich mal fragen, aber wir lügen einfach. Und zwar geht es um diesen Clip hier. Ähm, wie es jetzt gerade an diesem Tag aussieht, genau jetzt kann ich nicht sagen, aber die Situation sieht nicht gut aus. Er hat uns tatsächlich eine Videobotschaft geschickt, ähm, und beschreibt Ähnliches, weil wir natürlich auch ihn fragen wollten, wie sein Gefühl zum Heute ist. Ich bekomme keine Wohnungen, weil die Vermieter Angst haben von den Leuten. Und wie man sieht, das ist keine Stellungsnahme von Rainer, sondern das ist einfach aus einem TikTok-Video rausgecuttet von vor, ich glaube, einem Monat oder so war das. Also, sehr, sehr eklig, dass die Medien das so darstellen, als ob sie ihn für eine, ja, für eine, für eine, für eine Stellungsnahme angefragt hätten und er das geschickt hat, ne. Äh, das finde ich einfach wirklich wieder eklig, wenn man darüber nachdenkt. Kann man den Medien noch trauen? Ist das, ist das okay, dass man sich solche Sachen dann einfach aus dem Finger saugt? Ich finde das wirklich katastrophal, auch wie gesagt, fürs Vertrauen gegenüber den Medien. Ähm, und natürlich auch, ja, einfach, weil man halt angelogen wird in dem Moment, ne. Es ist halt wirklich utopisch, weil diese Leute, die natürlich überhaupt keine Ahnung vom Game haben, die nehmen das natürlich so hin, ne. Also, sehr, sehr ekliger Move auf jeden Fall. Weil, ansonsten, was kann ich dazu sagen, natürlich ist die Darstellung wieder sehr, sehr einseitig. Rainer wird da wieder als, ja, als armes Opfer hingestellt und, ja, der arme Rainer wird halt wieder ins Opfer-Narrativ halt reingeschoben. Ihr kennt das ja alle schon. Ja, deswegen, wir reagieren da nicht in Gänze drauf, das macht mich eh nur wieder mit. Aber diese eine Sache wollte ich halt nicht unerwähnt lassen, weil, wie gesagt, finde ich schon sehr, sehr dreist, sowas damit einzubauen. Naja. Gut, Freunde, das soll es auch erst mal wieder gewesen sein. Äh, joa, wir sehen uns dann die Tage wieder. Ich werde dann die Tage so Richtung wahrscheinlich 26. Ähm, dann das Bildervideo machen, äh, weil dann auch auflösen, wer gewonnen hat. Äh, dann kommt noch ein großer Stream demnächst, den wollte ich eigentlich gestern schon raushauen, ne, den ich, äh, für euch vorbereitet hatte. Hatte ich auch angekündigt. Aber natürlich kamen da genau die 2k-Abonnenten zustande. Und deswegen hat das leider nicht ganz funktioniert. Also, es kommen jetzt die Tage auf jeden Fall noch ein paar Videos. Und dann natürlich auch noch das Bildervideo, wo ich dann final mich für ein paar Bilder entscheide. Und wie gesagt, ich kann euch wirklich sagen, sehr, sehr geile Bilder dabei. Richtig, richtig cool. Ähm, seht ihr aber dann alles im kommenden Video so. Ich denke mal gegen 26. oder so werde ich das Video raushauen. Vielleicht auch erst am 27. Ich muss mal gucken. So, Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Winklwongel. Ciao. Ciao.